Musik Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Wissensschätze. Heute die erste Folge und wir haben jede Menge vor heute, denn wie ihr sicherlich schon seht, haben wir hier zehn Bücher liegen. Zehn Bücher, von denen wir ausgehen, dass man sie gelesen haben sollte. Oder besser gesagt, mein Gast natürlich, der das sagt. Oliver, herzlich willkommen in der Sendung. Danke Patrick, schön, dass du wieder da bist. Zehn Bücher, die man gelesen haben sollte. Und wir werden feststellen, zwischen all diesen gibt es eine merkwürdige Verbindung, könnte man sagen. Ja, Verbindungen. Das kann man sagen. Mehr oder sogar. Lass uns ruhig mal anfangen. Gleich zum Anfang nochmal. Es sind viele Bücher dabei, die es im eigentlichen Sinne gar nicht mehr zu kaufen gibt. Das ist Antiquitäten, könnte man sagen. Aber du hast ein paar, habt ihr noch liegen bei euch im Osiris Verlag. Also wir schauen immer, dass wir, wenn es geht, antiquarisch zum Beispiel jetzt von diesen zehn Büchern was bekommen können. Also wenn jemand diese Bücher braucht und nirgendwo finden kann, kann er gerne sich bei uns melden. Entweder per E-Mail unter info.osirisbuch.de oder einfach anrufen bei uns. Wir werden dann sagen können, wir haben noch was oder wir haben nichts oder wir schauen, dass wir was bekommen. Weil alle diese Bücher, diese zehn Bücher, die ich hier liegen habe, sind eigentlich restlos vergriffen. Wir werden ja jetzt den Zuschauer auf eine fantastische Reise mitnehmen. Was dich erwarten wird, wir reden über natürlich Geheimlogen, wir reden über Machenschaften, wir reden über Zeitreisephänomene. Und all das erfahren wir aus unterschiedlichen Richtungen, von unterschiedlichsten Kontinenten bis hin natürlich zu einem weitaus größeren Zeitrahmen bis ins alte Ägypten und noch viel, viel weiter. Also sei gespannt auf diese Sendung und wir fangen mit Buch Nummer eins an, würde ich sagen. Genau, und zwar geht es um das Buch der Wiedergänger von Peter Krasser, das zeitlose Leben des Graben Sajama, der alles weiß und niemals stirbt. Kann ich dir mal darüber geben? Genau, ich schalte es mal in die große Kamera rein. Ja, da hast du natürlich schon einen riesen Punkt angesprochen. Sajama, E-Mail taucht auch immer wieder auf, wird uns noch in mehreren Geschichten begegnen. Aber was ist so für dich die Quittessenz letzten Endes, die du mitgenommen hast aus diesem Buch? Sajama hat ja vor allem im Spätmittelalter, sag ich mal im 17., 18. Jahrhundert, dann auch im 19. Jahrhundert immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Er ist immer wieder aufgetaucht. Angeblich wurde er nicht älter, er hat immer gleich ausgesehen. Und er war so etwas wie ein Agent an den Königshöfen. Nur er fragt sich nur, von wen, für wen hat er gearbeitet, weil er hat ja überall seine Ohren und Finger drin gehabt. Und er hat, wie gesagt, auf dem Königshof in Frankreich mehr oder weniger sich gezeigt. Er war Berater von Katharina der Großen, von der Zarin und tauchte plötzlich auf bei einem großen Freimaurer-Kongress im Wilhelmsbad, wo damals bei diesem Kongress die Freimaurer von den Illuminaten unterwandert wurden. Überall war Sajama zu finden, überall war er vor Ort und überall hat er versucht herauszufinden, was passiert gerade. Ja, es geht bis ins 20. Jahrhundert, wo ein junger Mann aufgetreten ist oder plötzlich sich gemeldet hat beim Pariser Radiosender oder Fernsehsender war es und hat gesagt, ich kann vor der Kamera Blei in Gold verwandeln und kann eine Substanz euch zeigen, durch die man praktisch ewiges Leben erlangt. Und die Fernsehleute haben damals gesagt, okay, dann soll er halt kommen. Wir haben eine riesen Werbung gemacht und tatsächlich ist es ihm gelungen, nur mit einem Campingkocher Blei in Gold zu verwandeln und hat auch eine entsprechende Substanz präsentiert, von der man später gesagt hat, als man sie untersucht hatte, dass sie möglicherweise was bringen könnte, aber man kann es nicht herstellen, weil die Herstellung viel zu teuer wäre. Also Sajama ist immer wieder aufgetaucht oder der Name ist zumindest immer wieder aufgetaucht und es geht zurück bis ins alte Ägypten, es geht zurück praktisch bis Julius Cäsar und so weiter, wo angeblich Sajama schon tätig gewesen sein soll. Und es gibt eine Anekdote im Königshof in Frankreich, wurde damals ein Diener befragt, also eine Dame hat ihn gefragt, es heißt doch Sajama wäre schon so alt, er hätte praktisch Jesus persönlich gekannt. Was können Sie dazu sagen? Sie sind jetzt ein Diener. Dann sagt der Diener, kann ich nicht sagen, ich bin jetzt seit 300 Jahren bei ihm. Ja und eine mögliche Erklärung, weil ich persönlich bin jetzt von der Unsterblichkeit von ihm nicht überzeugt, eine mögliche Erklärung erfahren wir ja dann noch in den weiteren Büchern, denn dort wird zumindest mal eine mögliche Erklärung gegeben, hat also eher was mit Zeitphänomenen zu tun. Aber auf jeden Fall eine Figur, die immer wieder auftaucht, das ist auf jeden Fall mal sehr interessant, wer sich so ein bisschen auch in die Mythologie einarbeiten möchte, der wird sicherlich an Sajama überhaupt nicht vorbeikommen. Es ist eine sehr zentrale Gestalt, sage ich mal, oder Figur. Also Sajama, es gab ja auch diesen God for Ray King in Amerika, der Anfang des 20. Jahrhunderts am Mount Shasta in Kalifornien einer Person begegnete, die auch behauptet hat, sie wie Sajama eine sehr wichtige spirituelle Botschaft gebracht hat. Daraufhin hat dieser God for Ray King diese I Am Bewegung gegründet, diese Ich Bin Bewegung gegründet. Also auch hier ist der Name Sajama mit drin irgendwie. Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, und das lässt sich historisch ja sehr wohl belegen, dass eigentlich überall, wo er aufgetaucht ist, es gab immer drastische Veränderungen danach. Sei es jetzt, du hast die Zaren angesprochen in Russland, du hast die großen Freimaurer-Treffen angesprochen. Immer, wo er aufgetaucht ist, ist irgendetwas passiert. Genau. Ja, gerade auch im Bezug, er hat ja laut dem, was überliefert, ist ja auch sein Tod immer wieder vorgetäuscht, bis hin zu seinem Begräbnis in Eckernförde, also er hat auch wieder mit Deutschland im Bezug natürlich. Ja. Ja, ist schon sehr interessant. Ja, er wurde ja damals einmal umgebettet und dann hat man den Sarg geöffnet und es war niemand drin. Also, wer weiß. Wer weiß, genau. Haben wir was vergessen aus diesem literarischen Werk, wo du sagst, da möchten wir noch drauf eingehen? Peter Kreiser hat damals wirklich sehr, sehr viel zusammengetragen, weniger diese spirituellen Bereiche. Es gibt ja auch sehr viel im spirituellen Bereich, wo es mit Seishammer gehandelt wird, sage ich mal. Aber hier muss ich sagen, das ist ein tolles Werk, eine gute Zusammenfassung aller Informationen zu Seishammer. Also, ich denke auch, ein guter Anfang, wer sich da mal einlesen möchte oder generell natürlich sich mit dieser Figur auseinandersetzen möchte, dem würden wir natürlich dieses Buch in jedem Fall mal empfehlen. Genau. Und es ist ein guter Einstieg, darum geht es. Es ist noch nicht ganz so tief in der Materie drin, es ist für jemanden auch, der sich jetzt mal einlesen möchte, wie gesagt, eigentlich genau das Richtige. Genau. Ja, super. Kommen wir zum nächsten Buch, würde ich sagen. Genau. Das nächste Buch, das ich da gerne erwähnen würde, ist, ja, es ist immer interessant, wenn ein Sachbuchautor plötzlich einen Roman schreibt. Hier handelt es sich um den erfolgreichsten Sachbuchautor der Welt, Erich von Däniken. Er hat ja später noch einen zweiten Roman geschrieben, aber was ich für viel wichtiger finde, ist sein erster Roman, der heißt Die seltsame Geschichte von Sixley und Jum. Und er schreibt doch selber drunter einen Tatsachenroman. Er hat, als das Buch damals rauskam, so um 2003 rum, in diesem Jahr bei uns einen Vortrag beim Regentreff gehalten und hat auch dort noch mal ganz klar gesagt, das ist kein Blödsinn. Das ist wirklich, das meiste, was da drin steht, ist Vag. Vielleicht, wenn ich ganz kurz zu dem Buch hier was zitieren darf. Hier steht, zwei Burschen aus der Zeit der Maya in Mexiko sollen dem Gott Kukulkan geopfert werden. Die Opferung erfolgt, doch durch eine rätselhafte Zeitspirale landen die Jünglinge Sixley und Jum im dritten Jahrtausend in unserer Gegenwart. Sixley und Jum haben das Wissen und die Erinnerungen aus ihrer Zeit, vier Jahrhunderte in der Vergangenheit, nicht verloren. Doch was sie in unserer Gegenwart erleben, verschlägt ihnen die Sprache. Mit ihrem Wissen aus der Vergangenheit können sie archäologische Rätsel in der Gegenwart lösen. Wie reagiert die Wissenschaft darauf? Gib's dir mal. Lass uns, bevor wir vielleicht nochmal genauer aufs Buch eingehen, du hast ja mehr oder weniger nebenbei erwähnt, wie kommt denn ein Sachbuchautor dazu, einen Roman zu schreiben? Und denjenigen ist ein wunderbares Beispiel, der hat nun wirklich keinen Ruf mehr zu verlieren. Also er könnte ja egal, selbst Science Fiction oder was auch immer schreiben, würde ihm ja gar nichts mehr, er hat genügend andere Sachen geschrieben, heute Gott sei Dank ein anerkannter Autor, aber ist ja auch verschrien worden bis zum Gehtnichtmehr. Also er hätte eigentlich nichts zu verlieren. Warum macht er das? Oft gibt es wirklich Dinge, die man nicht als Tatsache, als Sachbuch bringen kann, weil sonst wirklich die Leute sagen, ja was soll das, das ist doch totaler Blödsinn. Und wenn ich heute ein Wissen habe, wo ich sage, ich habe den Beweis, es stimmt, aber es würde mir kein Mensch glauben, dann schreibe ich einen Roman. Weil dann kann ich die Leute, die wirklich offen sind für diese Information, informieren und bekomme trotzdem nicht so viel ab, sage ich mal, nicht mehr so viel Schmäh und Drohbriefe und solche Sachen, sondern es ist eigentlich eine ganz tolle Idee, einen Roman zu schreiben und drunter zu schreiben, ein Tatsachenroman. Und das wird uns noch häufiger begegnen. Und gerade in diesen Thematiken, in denen wir uns ja auch in dieser Sendungreihe hier beschäftigen, werden wir das immer wieder feststellen, dass doch einige dabei sind, die plötzlich anfangen, Romane zu schreiben. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man sagt, naja, ein Roman gilt als künstlerisches Werk. Ich kann schreiben, was ich will. Schreibe ich Tatsachenberichte beziehungsweise Sachbücher, dann muss ich es mit Quellen hinterlegen und selbst wenn ich es mit Quellen hinterlege, heißt das noch lange nicht, dass dieses Buch auch auf den Markt kommt. Genau. Und sollte mal irgendetwas passieren, wo ich dann in Bedrängnis komme als Autor, kann ich immer sagen, das ist ein Roman, liebe Leute. Ja, genau. Aber zurück zu diesem Buch, also ich zeige es auch nochmal in die Kamera, für diejenigen, die es interessiert. Faszinierende an diesem Buch ist ja eigentlich tatsächlich die Geschichte, wie diese beiden hingerichtet werden, dann abtauchen in diesem See und wieder auftauchen. Aber erzähl uns das bitte nochmal genauer. Es sind zwei junge Leute, die dazu auserwählt wurden, in Anführungszeichen, praktisch als Opfer geopfert zu werden, finde Gott Kukulkan, und zwar in Chichen Itza in Mexiko. Das ist ja die berühmte Stufenpyramide in Chichen Itza und gleich daneben gibt es, auch heute noch zu besichtigen, diesen Opferteich. Dort wurden diese auserwählten Opfer hineingeworfen, die ertranken dann. Und in dem Roman ist es so, dass die zwei kleine Stäbchen gefunden haben, die die Götter früher mal mitgebracht haben, die Götter, die von oben kamen. Und mit diesen Stäbchen konnte man lange Zeit tauchen. Und sie haben sich diese Stäbchen mehr oder weniger vereinnahmt und haben sie dann benutzt, um praktisch unter, also im Teich dann zu tauchen. Sie kommen durch einen Kanal, der Richtung Pyramide führt. In diesem Kanal, sie tauchen da durch, sehen sie plötzlich ein grelles Licht, ein unglaublich grelles Licht. Sie wissen nicht, was das ist, tauchen weiter und kommen dann praktisch in der Pyramide raus. Sie klettern nach oben, also in der Pyramide nach oben und kommen dann oben durch den Eingang raus. Plötzlich ist es aber mitten in der Nacht. Und sie stellen dann später fest, dass sie um mehrere hundert Jahre in der Zeit versetzt sind. Also durch dieses Durchtauchen und vielleicht auch durch dieses grelle Licht, das sie gesehen haben, sind sie plötzlich um hunderte von Jahren in der Zeit verschoben. Und Erich von Dänningen sagt ja auch heute noch, die zwei sind heute noch dort und er beschreibt auch, was die heute tun. Der eine arbeitet da, der andere arbeitet da. Eine hochinteressante Geschichte. Absolut. Vielleicht ist es jetzt auch mal der richtige Zeitpunkt, natürlich mal einen Sendehinweis zu geben, dass wir grundsätzlich bei allen unseren Sendungen, liebe Zuschauer, hier natürlich als Freigeister rangehen. Ja, ja. Wir wissen selber, viele dieser Geschichten, die wir hier hören und viele dieser Bücher haben schon sehr abgefahrenen Inhalt. Heißt ja nicht, dass wir an alles dieses Glauben oder davon überzeugt sind. Und wir wollen auch niemanden davon überzeugen. Aber als Freigeister, die wir nun mal sind, und ich weiß, dass du dich auch gerade für solche Geschichten interessierst. Ja. Ich auch. Sollte man das vielleicht einmal nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass es hier nicht darum geht, Wahrheit zu vermitteln. Auch wir wissen nicht, wie viel Wahrheit immer in solchen Werken steckt. Aber dennoch ist es interessant, wenn jemanden wie Erich von Dänigen auch sagt, ja, die Geschichte ist wahr. Ich habe sie erlebt. Ich kenne die beiden. Einen Erlebnisbericht letzten Endes, den wir hier vor uns haben. Genau. Unglaublich, ne? Und wir werden das ja immer wieder, wir kommen nochmal dazu. Es ist immer wieder, kommen wir mit diesen Zeitphänomenen in Verbindung. Passt jetzt zwar nicht unbedingt herher, aber Stan Wolf macht es genauso, ja, mit dem Phänomen im Untersberg. Und auch den werden wir schon in den nächsten Büchern immer auch immer wieder kommen. Also, in diesem Sinne von Erich von Dänigen, die seltsame Geschichte von Xingli und Jum. Xingli und Jum, ja. Genau. Auch, wie gesagt, als Antiquariat zu besorgen. Wir versuchen das zu bekommen, also einfach bei uns melden. Und dann hoffen wir mal das Beste. Ein sehr, sehr interessanter Roman. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Was haben wir nun? Wir kommen wieder in gewisser Weise zu Erich von Dänigen. Ja. In gewisser Weise. Und zwar gibt es da das Buch Der Tag, an dem die Götter starben von Walter Ernsting. Walter Ernsting war ein guter Freund, er ist mittlerweile schon verstorben, ein guter Freund von Erich von Dänigen. Ich durfte ihn noch persönlich kennenlernen, was mich sehr gefreut hat. Und er hat mehr oder weniger, er ist bekannt geworden als Perry Roden Autor, als Romanautor Perry Roden. Aber es gibt ein paar Bücher, die er geschrieben hat, die aus der Reihe tanzen, sage ich mal. Und Der Tag, an dem die Götter starben ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Weil es wieder ein solcher Roman ist, von dem ich davon ausgehe, dass da sehr viel Wahres drin steckt. Es heißt ja auch in Zusammenarbeit mit Erich von Dänigen. Und ich möchte gerne zu Beginn, das mache ich normalerweise nicht so, aber gerne zu Beginn ein Vorwort von Erich von Dänigen zu diesem Buch vorlesen. Bitte. Also es ist schon von 1971, muss man dazu sagen. An Walter Ernsting. Mein lieber Walter, soeben lege ich dein Manuskript aus den Händen. Ich bin begeistert und betroffen. Denkst du ernsthaft daran, deine Erlebnisse zu veröffentlichen? Eigentlich bestünde Anlass zu hemmungsloser Heiterkeit. Kein Mensch wird dir diese Story abnehmen. Dem Himmel sei Dank. Man wird dich und mich auslachen. Bloß, sind wir das nicht schon gewohnt? Und die wenigen, die verstehen und denken, sag mal, muss ich nicht befürchten, bei meinen zukünftigen Reisendauern Spione auf den Fersen zu haben? Hier mein Vorschlag. Du verwendest das Manuskript nur für den Hausgebrauch. Lass es unter Freunden zirkulieren, mehr nicht. Und wenn du tatsächlich denkst, dass ein Verleger die Geschichte drucken will, dann ändere die wichtigen Daten. Mach aus mir irgendetwas anderes. Aus Saxai-Huaman werde die Wüste Gobi. Aus unserem Freund Professor sowieso Zauber einen Vandenbergen. Guter Name, haut immerhin. Und insbesondere, ich flehe dich an. Vertusche den Standort der Station. Versetze sie nach Arabien, meinetwegen zur Königin von Sabah oder in den hohen Norden. Heiliger Strohsack. Stell dir bloß vor, unsere närrische Welt organisiert Expeditionen und Wallfahrten nach Saxai-Huaman. Oder die Militärs. Dort hat's stets genug Verrückte. Wollen an die Zeitmaschine. Nicht auszudenken. Und eines Tages muss ich dann tatsächlich flüchten. In die Zeit. Verschone mich. Ich habe auf dieser Ebene noch einiges auf dem Programm, bevor ich mich abmelde. Ciao in alter Treue. Jetzt muss man aber wissen, dass die Station tatsächlich in den hohen Norden versetzt wurde. Und einer der wichtigsten Personen in dem Buch heißt Erich von X. Er hat geschrieben, mach aus mir irgendetwas anderes. Also, unglaublich. Ich gebe dir das Buch mal. Es geht darum, dass praktisch eine Art Skulptur gefunden wird. Eine kleine Figur wie ein ägyptischer Sphinx. Und die führt dann mehr oder weniger zu einem, wie soll ich sagen, zu einem, zu einer alten Ruine in Saxai-Huaman. Wo praktisch diese Sphinx wie ein Schlüssel ins Mauerwerk passt und plötzlich öffnet sich ein Tor. Und das hat dann auch zu tun mit Raum-Zeitreisen und solche Sachen. Also, ganz interessante Geschichte. Hat zu tun mit einer außerirdischen Überwachungsstation, die hier auf der Erde ist. Und wie die beiden dann mehr oder weniger darin verwickelt werden. Eine sehr interessante Geschichte. Aber, jetzt kommt was ganz Interessantes. In etwa zur selben Zeit kam noch ein Buch, ein Sachbuch von Erich von Denning raus. Das hieß, der Tag an ihm, die Götter kamen. Und in diesem Buch ist ein Foto von ihm. Eine ganze Seite. Wo er eine seltsame Steinfigur in der Hand hält. Hier spielt ja eine Steinfigur eine Rolle. Und dann steht irgendwie drunter, ich bin, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, für dramatische Fotos bin ich nicht geeignet. Und dann denkt man sich, was ist jetzt an diesem Foto dramatisch? Und wenn man das verbindet, das ist auch sehr interessant. Der Tag, an denen die Götter starben, an denen die Götter kamen. Wieder eine kleine Figur. Also, was ist genau passiert? Was ist wirklich dran? Ein tolles Puzzleteil, wie ich finde. Also, zu dem gesamten Bild auch mal. Und wir machen hier natürlich dementsprechend auch schon den ersten Abstecher mal ins alte Ägypten. Auch das wird uns ja immer wieder begegnen. Und dort wird uns viel Wissen vorenthalten. Ich meine, jeder, der sich mal ein bisschen mit Geometrie beschäftigt hat und Zahlen, das geht in Richtung Axel Klitzke, ja, der sich damit beschäftigt hat mal. Man mag jetzt davon halten, was man möchte. Aber es ist dennoch interessant, wie Wissen tatsächlich, und so nennt er das ja auch, in Stein gebracht wird. Und wir heutzutage denken, ah ja, Grabstädte, Dutzend, Dutzend, Hunderttausende haben es gebaut in, was weiß ich, in 50 Jahren. Und man könnte es heute gar nicht so bauen. Und alleine da könnte man ja mal schaffen, auf die Idee zu kommen. Moment mal, hier wird uns viel vorenthalten. Und einen Teil davon können wir hier auch wiederfinden. Und auch den Herrn Ernsting werden wir ja immer wiederfinden. Ja, ja, genau. Hinten im Buch, das ist übrigens eins der damaligen Originalbücher, die waren sogar noch irgendwie nummeriert. Und das habe ich damals persönlich vom Walter Ernsting geschenkt bekommen mit Widmung. Da ist sogar die Werbung für das nächste Buch schon drin. Und ich sage immer, das nächste Buch, das er da beworben hat, das ist eigentlich der Teil 2. Wenn man ein bisschen anhört oder bestimmte Dinge etwas sich, wie soll ich sagen, zurechtbiegt, wie es gehört, dann passt das Ganze zusammen. Und das ist das nächste Buch, über das wir sprechen werden, die Neuen Unbekannten. Da werden jetzt sicherlich die Eingeweihten schon ein bisschen heilhörig werden, weil das taucht auch immer wieder auf. Eine Sache, mit der ich mich ja selber auch recht gerne beschäftige. Weil dies ja tatsächlich ein Phänomen ist, was mich selber schon persönlich irgendwie immer schon begleitet hat. Gerade wenn es um das Thema der Unbekannten Neuen gibt. Und auch da geht es auch wieder um Bücher, um Wissen, was vermittelt wird. Aber erzähle es uns selber aus deinen eigenen Augen. Interessant ist schon mal, dass Walter Ernsting damals es nicht unter Walter Ernsting geschrieben hat, sondern unter seinem Perry Roden-Pseudonym Clark Dalton. Die Neuen Unbekannten, das ist mittlerweile so schwer zu bekommen. Das Buch, das sogar ich, noch eine Kopie habe. Vom Original. Und ich muss dazu sagen, man sollte unbedingt versuchen, das Original zu lesen. Es war später mal so, dass ein mir gut bekannter Verleger, ein guter Freund von mir, das Buch wieder neu rausgebracht hat, unter einem anderen Titel. Auch als Autor den Walter Ernsting dann draufgeschrieben hat. Aber man hat später festgestellt, in dem Buch wurden verschiedene Dinge verändert. Es wurden ungefähr 15 bis 20 verschiedene Dinge entweder abgeändert, weggenommen, hinzugefügt. Und interessanterweise wusste Walter Ernsting nichts davon. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und er sagte, wieso wurde das verändert? Er sagte, ich weiß nichts davon. Doch, doch, ich habe es ihm gezeigt. Er hat also gesehen, was da verändert wurde und es hat nichts mit ihm zu tun. Ich gehe ja absolut davon aus, dass es nichts mit dem Verleger zu tun hat, sondern dass da eine dritte Person, die da noch dazwischen stand, irgendwie da die Hände im Spiel hatte, die Sachen zu verändern. Also wenn man das Buch lest oder sich kauft, unbedingt das Original. Alles andere würde ich weglassen. Es gibt jetzt auch irgendwie aktualisierte Versionen als E-Book und so weiter. Ich würde das nicht noch machen. Ich würde also wirklich mich nur verlassen auf das Original. Ich kannte es lange nur in Englisch. Ja. Die anderen und Nein. Es kursiert auch mal eine Version im Internet, wenn ich mich recht nenne. Ich weiß gar nicht, ob das von Walter Ernsting war. Ich bin gar nicht so sicher. Ich glaube, der, das war, wie hieß denn der, irgendwas mit M. Moody oder irgendwas. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ja, das ist ja auch anders. Aber da geht es, glaube ich, um andere Geschichten. Wobei er bezieht sich aber auch da drauf. Auf letzten Endes bezieht sich genau. Aber er sagt nicht als unbekannte Neuen, als Person, sondern er bezieht sich auf die Bücher, worum die es geht. Ah, ja. Die jeder Einzelne ja von den unbekannten Neuen geschrieben haben soll. Wo es dann darum geht, dass er im Prinzip Kurzabhandlungen über die wichtigsten, wissenschaftlichsten oder überhaupt über die wichtigsten Erkenntnisse, die eigentlich auf diesem Planeten herrschen. Über Psychologie, Massenpsychologie, überhaupt, wie funktioniert Gesundheit, was ist eigentlich wirkliche Raumfahrttechnik und unterschiedliche Sachen. Und darauf bezieht sich das wiederum. Also den Bund, der Neuen Unbekannten oder den Geheimbund soll ja damals dieser Kaiser Ashoka in Indien gegründet haben, vor über tausend Jahren. Und die waren damals schon sehr, sehr weit, was ihr Wissen betrifft. Und es gab immer, es waren immer neun Personen, die da praktisch beteiligt waren. Möglicherweise neun Geistwesen. Vielleicht übernehmen die auch mal andere Körper, wer weiß. In dem Buch ist es aber so, dass es praktisch hier Berge gibt, neun Berge auf der Welt, die als quasi Stationen mehr oder weniger beschrieben werden. Und die, in Anführungszeichen, Hauptstation, die in diesem Buch eine Rolle spielt, ist eben der Untersberg. Jetzt sind wir wieder bei Station. Hoher Norden, Untersberg. Es ist wirklich sehr interessant, wenn man diese Bücher, also der Tag in den Göttern starben und die Neuen Unbekannten verbindet. Und Walter Ernsting beschreibt eben die Geschichte und beschreibt zum Beispiel hier auch eine bestimmte Wegbeschreibung auf dem Untersberg sehr genau, die dann in der Neuauflage plötzlich abgeändert war. Das ist doch sehr seltsam. Das Erstaunlichste ist ja eigentlich, dass es völlig unscheinbar, wenn man es so will, anfängt. Und dadurch wird es aber greifbarer, da die Protagonisten ja eigentlich ja tatsächlich auf der Suche sind nach Heiligtümern in Bergen. Also eigentlich diese Spur verfolgen, nach Südamerika fahren und fliegen, besser gesagt Indien und so weiter. Und dort diese Berge, die definitiv da sind, ja begutachten und ein Artefakt finden. So geht es ja eigentlich los. Und erst später bemerkt der, Moment mal, aber erzähl ruhig, du gerne weiter. Nein, was ganz wichtig ist, diese Neuen Weltenlenker, wie ich sie nenne, haben einen Gegenspieler. Und wer ist es? Der Graf von Sacha Mauer. Jetzt sind wir wieder dabei, ja. Und zwar wird der Graf von Sacha Mauer eben bezeichnet als früheres Mitglied dieses Bundes. Und nach einem Vorfall in Ägypten soll er praktisch nicht mehr dabei gewesen sein. Und seitdem ist er der Gegenspieler der Neuen Unbekannten. Ganz interessante Geschichte. Also das liest sich wie ein Krimi, muss ich sagen. Vielleicht, dann kann ich ja mal kurz anteasern. Also es geht in der Tat ja so los, dass der besucht wird von jemandem, der sagt, naja, ich habe Wissen für dich. Genau. Aber du musst ein Jahr lang still sein und dann komme ich wieder auf dich zu. Er hält das irgendwie durch in dem Jahr, macht er halt seine Reise. Und am Ende stellen sie fest, sie treffen sich am Untersberg in einer geheimen Höhle. Dort sitzen im Prinzip, sie kommen rein, dort sitzen schon acht andere mit Kapuze. Man sieht nicht, wer es ist. Und die stellen sich eben als die Unbekannten Neuen vor. Als jemand, als Wächter, Wissenswächter, könnte man sagen. Und wichtig ist, dass in diesen Stationen im Berg die Zeit anders vergeht. Genau. Also praktisch, wenn man in der Station ist, eine Stunde, dann vergehen draußen vielleicht drei Wochen. Ja. Ein Phänomen, was man ja immer wieder hört. Ich meine, du als Niederbayer, ich als zugezogener Oberbayer, sehr nah am Untersberg. Natürlich, auch wenn du dort mit Einheimen sprichst, genau das taucht immer wieder auf. Und das sind gar nicht Leute, die jetzt in irgendeiner Art und Weise solche Bücher lesen, sondern es ist im Volksmund, sagt man, ja, kommt diese Legende immer wieder vor. Und in Untersberg ragen sich ja noch andere Mythen, aber das ist wirklich sehr interessant. Und was stellen wir hier wieder fest, wie du schon sagtest, ne? Saja Ma wieder mit dabei. Und hier wird eine mögliche Erklärung, wie ich finde, geliefert, wieso eben vielleicht das Thema der Unsterblichkeit gar nicht so das Zentrale ist, sondern genau diese Zeitphänomene am Untersberg oder in den anderen Bergen. Genau, Zeitverschiebung. Immer dafür sorgt, dass diese angeblichen historischen Figuren immer wieder auftauchen. Genau. Eine mögliche Erklärung zu müssen. Genau. Ich kann mich noch gut erinnern, zusammen mit einem Freund habe ich damals den Walter Ernsting, kurz vor seinem Tod, ich glaube, er ist ein, zwei Jahre später gestorben, in Salzburg besucht. Und da hat er erst erfahren, dass in der Neuauflage etwas verändert wurde. Er war ziemlich entsetzt, muss ich sagen. Und dann haben wir ihn direkt angesprochen auf den Neuen Unbekannten. Dann sage ich, was ist jetzt mit den Neuen Unbekannten? Dann hat er sich so zurückgelehnt, bis zu dem Zeitpunkt waren wir per sie, hat er sich ein bisschen zurückgelehnt und hat gesagt, ja, das ist ja nur ein Roman. Das ist wieder genau das, das ist ja nur ein Roman. Und dann habe ich gesagt, aber vorne steht ja eine Witzmung. Jacques Bergé gewidmet, der mindestens einem von ihnen begegnete, dann gibt es sie ja. Dann hat er sich zurückgelehnt, hat gegrinst und ab dem Zeitpunkt nochmal per du. Er hat auch nichts mehr dazu gesagt. Also das war für mich schon ein Zeichen. Man schreibt halt einen Roman, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Wie heißt es so schön, und das passt ja wunderbar an die Sendung, oft geht es gerade bei diesen Büchern auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und eben Kombinationsfähigkeiten auch. Gewisse Dinge für sich selber zusammenzuführen und sich ein Bild darüber zu machen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, ein bisschen mehr als nur ein Buch vielleicht zu lesen oder Bildzeitungen zu lesen, ja auf gut Deutsch. Gerade Jacques Bergé wird ja uns im nächsten Buch auch schon wieder begegnen. Genau. Diese Figuren hängen immer wieder miteinander zusammen. Und alleine das wäre ja ein Grund, schon mal zu gucken, welche Zusammenhänge gibt es da. Genau. Übrigens, diese Widmung, die sehr wichtig ist, weil eben dieser Name genannt wird, Jacques Bergé, diese Widmung ist in der Neuauflage verschwunden. Die ist nicht mehr da. Vielleicht jemand mal versucht, den ein oder anderen Querverweis auszuradieren, ja. Weil man kann nämlich, das werden wir jetzt gleich sehen bei den nächsten beiden Büchern, man kann dann irgendwie so eine Art Schnitzeljagd machen. Jetzt weiß ich Jacques Bergé, dann schaue ich, was hat Jacques Bergé geschrieben, dann schaue ich, aha, wo führt das jetzt hin, wo führt das weiter. Man wird plötzlich in eine gewisse Richtung geführt. Und es könnte sein, dass irgendjemand das gar nicht so gerne sieht. Ja, vermutlich schon. Letzten Endes ist es ja auch so. Ich meine, nichts, was wir hier, wie gesagt, wir behaupten nicht, dass es die Wahrheit ist. Aber wenn, nehmen wir mal an, es würde ein Kriminologe, also eine Kriminalpolizei, der sie auskennt, wie ermittle ich, genau diese Querverweise auf dem Tisch liegen haben, dann würde der auch sagen, Moment mal, jetzt müssen wir aber mal genauer hingucken. Weil vieles ist historisch belegbar, Treffen sind belegbar. Es gibt immer wieder Hinweise, auch von Kirchenbüchern oder sowas, wo das plötzlich auftaucht. Also wir erleben schon, irgendwas scheint dran zu sein. Und nichts anderes letzten Endes wollen wir die Zuschauer auch mitnehmen auf diese Reise. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere tatsächlich animiert, mal zu gucken, wo der eigene persönliche Bezugspunkt ist. Denn es kommt ja auch, dieses Wissen kommt nicht umsonst zu einem. Genau. Aufbruch ins dritte Jahr 1000. Das ist ja aktuell oder anders. Jetzt, dieses Buch, genau geschrieben von Jacques Berger und Louis Pauvel. Aufbruch ins dritte Jahr 1000. Die Zukunft der fantastischen Vernunft. Dieses Buch war weltweit ein großer Erfolg. Das kam schon heraus, Anfang der 60er Jahre. Und ich habe den Eindruck, dass nicht nur, gut, Däniken kam ja kurz danach, aber dass nicht nur Däniken, sondern sehr viele andere danach, auch vielleicht der Jan von Helsing, dieses Buch kannten. Weil in diesem Buch beschreiben die auch sehr viel zum Thema Geheimgesellschaften. Beschreiben, wie wird es ausschauen in der Zukunft. Da heißt es sogar, zukünftige Regierung wird die Geheimgesellschaft sein. Die Geheimgesellschaft wird die zukünftige Regierungsform sein. Also manchmal denke ich mir, das haben wir jetzt schon. Da gibt es etwa, was wir heute im Modell sagen. Genau, genau. Und das, wie gesagt, Anfang der 60er Jahre. Diese Leute wussten wirklich Bescheid. Und in dem Buch kommt auch immer wieder vor, der Name von Saint-Germain, brauchen wir ja gar nicht mehr großartig zu erwähnen, aber auch ein Treffen, das der Jacques Berger hatte mit einem dieser neuen Unbekannten, und zwar mit Fulcanelli. Fulcanelli, wer den Namen nicht kennt, ist einer der bekanntesten Alchemisten der letzten 100 Jahre. Angeblich ist er gestorben. Manche sagen, er ist gestorben. Manche sagen, er ist nicht gestorben. Er taucht immer wieder auf. Fast schon fast, wie bei Saint-Germain, also immer wieder plötzlich diese Person auftaucht. Man weiß wirklich nicht, ist er jetzt gestorben oder ist er nicht gestorben, aber hier wird behauptet, Fulcanelli ist einer der neuen Unbekannten, zumindest gewesen, und Jacques Berger hat den, glaube ich, in Trieste getroffen und hat mit ihm gesprochen. Davon ist auch in dem Buch die Rede. Und dieses Buch hat wirklich unglaublich viel ausgelöst. Wie gesagt, sehr viele Autoren, spätere, haben letztendlich mit dem Wissen, dass sie haben ihre Wurzeln in diesem Buch. Auch hier ist zum Beispiel die deutsche Frill-Gesellschaft schon genannt. Solche Sachen stehen da drin. Ja gut, Frill-Gesellschaft, jetzt in den 60ern geschrieben, ist durchaus, wird es ja nicht vorgegriffen. Ja, Frill-Gesellschaft, Haushofer und so weiter. Man muss sagen, von zwei französischen Autoren. Das hat mich dann doch etwas überrascht. Aber dieses Buch ist in gewisser Weise für viele Leute in verschiedenen Ländern sehr wegweisend gewesen. Wir müssen ja leider konstantieren, dass viele heutzutage glauben, sie seien gut aufgeklärt und wüssten, was abgeht und was passiert oder überhaupt, wie ist unsere Wissenschaft aufgebaut, auf welchen Grundlagen basiert es wirklich. Und wenn man mal genauer hinguckt, stellen wir fest, dass sie eigentlich nichts wissen. Oder wenn, dann nur sehr wenig und nur sehr enge Ausschnitte. Deswegen klingt es für viele Menschen natürlich völlig fantastisch. Wir lernen solche Zusammenhänge nicht in der Schule. Wir kommen letzten Endes nicht drumherum, uns immer wieder auch an solchen Werken unsere Querverweise zu finden. Und du sagst es ja, das Thema der Geheimgesellschaften, ja, da reden wir von den letzten paar tausend Jahren. Natürlich ist es nicht ein Jan van Helsing, der das jetzt neu entdeckt hat, aber er hat den Mut gehabt, es mal wieder neu aufzulegen. Und darüber aufzuklären. Und ich meine, wir wissen alle, was er für einen Weg hinter sich hat. Verschiedene Themen zusammenzubringen und dann den Zusammenhang zu erklären. Querverweise eben zu finden. Und letzten Endes geht es ja darum, auch in der Geschichte, wo gibt es immer Querverweise. Viele Historiker machen das leider heute auch nicht mehr. Das ist richtig, ja. Aufruhrs des dritten Jahrtausend ist für mich auch ein wichtiges Buch, weil wir sind mittendrin. Und wir haben es immer selber in der Hand. Und ich denke, es ist ja, ich meine, da werden wir in jedem Nachwort hier in diesen Büchern finden wir immer auch die gleichen Hinweise. Freunde, ihr habt es selber in der Hand. Es kommt niemand, der es für euch tut. Und wir können es nur mit Wissen letzten Endes auch umsetzen. Deswegen, ja. Haben wir was vergessen? Gut, es enthält unglaublich viel Information. Also es hat mit allen möglichen Themen, okkulten Themen zu tun. Okkult heißt ja nichts anderes als verborgen. Es ist in Wirklichkeit ein verborgenes Wissen da drin. Ein unglaublich umfassendes, verborgenes Wissen. Und es war, glaube ich, schon wichtig für die Entwicklung, dass eben bestimmte Autoren später auch zu diesen Themen was geschrieben haben, dass dieses Buch ein Erfolg wurde. Weltweit. 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 Ok. Also, in diesem Sinne, ich halte es auch nochmal in die Kamera. Ein weiterer, ja, Wegweiser könnte man schon fast sagen, eine weitere Nadel im Heuerhofen. Genau. Eines unserer Empfehlungen, wo wir sagen, sollte man mal gelesen haben. Gut, in dem Buch kam ja jetzt vor der Vulcanelli, der Alchemist, der zu den neuen Unbekannten gehört oder gehörte. Und das führt uns zum nächsten Buch von einem, ja, von einem Mitglied eines großen Geheimbundes. Marc Hetzel, herausgegeben von David Oberson. Der geheime Bund heißt das Buch, ein ziemlicher Schmöker. Auch interessant bei dem Buch, es kam eine Auflage raus in Deutschland und als die weg war, war es weg. Es wird keine neue Auflage mehr geben, interessanterweise. Das ist eben bei anderen Büchern eben auch der Fall, wo man sagt, warum machen die keine zweite Auflage? Es würde sich bestimmt auch verkaufen lassen, ja. Irgendwie versucht man doch möglichst den Erfolg eines solchen Buches zu drücken, sage ich mal, ja. Hier heißt es, ein Eingeweiter entdeckt das verborgene Wissen der großen Denker. Es geht ja also um Wissen der Geheimbünde oder um das, was dort gelehrt und geschrieben wird. Und er selber, der Autor, hat dort diesen Pfad des Narren beschritten. Er beschreibt das genau, was das bedeutet, also in diesem Geheimbund. Das Buch, wie gesagt, ist ein Jahr nach seinem Tod rausgekommen. Warum er gestorben ist oder ob das Buch vielleicht damit zu tun hatte, weiß ich nicht. Aber es ist schon auffällig, dass ein Buch geschrieben wird und dann stirbt plötzlich der Autor. Und sein Freund hat es dann, wie gesagt, veröffentlicht. Und in diesem Buch sind zwei Dinge drin, die für mich sehr bemerkenswert sind. Zum einen kommt wieder ein alter Bekannter vor, der Graf von Saint-Germain. Natürlich. Hier wird beschrieben, was eine der Möglichkeiten ist, was mit Saint-Germain wirklich los ist, in Anführungszeichen. Dass es eventuell so ist, dass es einer ist, der aus bestimmten Gründen sehr lange lebt und jung ausschaut. Und nach seinem Tod und Reinkarnation sehr schnell wieder weiß, wer er war. Und dann macht er an dieser Stelle wieder weiter, wo er aufgehört hat. Das wird hier eben so dargestellt. Wie gesagt, die andere Möglichkeit ist, er hat irgendwelche Plätze auf der Erde, wo die Zeit anders vergeht. Und das zweite kommt in dem Buch natürlich wieder vor, Vulcanelli, der Alchemist, der immer wieder in diesem Buch auch vorkommt, der eine entsprechende wichtige Rolle spielt. Sollte Vulcanelli wirklich einer der neuen Unbekannten sein, dann wundert es einem nicht, dass er sehr viele Einflüsse auf diese Geheimgesellschaften hat. Und gerade, wir hatten es ja vorhin angesprochen, dass es eben halt angeblich auch genau diese Bücher dazu gibt. Und eines dieser neuen Unbekannten Bücher ist ja genau das, die echte Chemie, Alchemie. Also das Wissen um Elemente und deren Veränderungen. Und auch da steckt unsere moderne Wissenschaft, könnte man sagen. In Kinderschuhe ist ja gar kein Ausdruck, sie haben gar keine Ahnung davon. Genau. Und das ist eben halt auch, wenn man sich da mal nur ein bisschen mit beschäftigt und mal reinschnuppert, was ist in der Chemie denn heutzutage eigentlich schon möglich? Das wirst du in keinem Lehrbuch in der Schule schon gar nicht und im Studium auch nicht. Aber dennoch vollbringen es Menschen jeden Tag. Eben. Ja, Geheimnisse über Geheimnisse. Und das ist, anders erfahren wir es offensichtlich nicht, über Geheimnisträger. Und Geheimbünde sind sicherlich, naja gut, so geheim sind sie nicht, wenn sie heute in Büchern stehen. Aber, und auch die Freimaurer, es ist ja nichts, was heute noch geheim ist. Hat heute jedes Kind gehört. Aber man muss schon mal sagen, vor 10, 15 Jahren, und ich bin ja auch schon so lange dabei, da bist du ausgelacht worden, wenn du über Freimaurer gesprochen hast oder über Illuminatenorden und was es nicht heute gibt. Heute ein geflügeltes Wort. Dank der Brown kennt es mittlerweile auch jeder. Naja. Etwas, was dich in diesem Buch vielleicht noch bewegt, wo du sagst, das würde ich gerne noch mit anbringen? Die Art und Weise, wie er diesen Weg, den er da beschritten hat, durchgeht eigentlich, wird sehr gut beschrieben. Und es ist jetzt schon auffällig, dass, jetzt haben wir beim Ernste begonnen mit den neuen Unbekannten, dann sind wir von den neuen Unbekannten über diesen Prowell mehr oder weniger zu dem dritten Jahrtausendbuch gekommen. Dann kommen wir über Fulcanelli zu diesem Buch, wieder Fulcanelli und wieder ist der Saint-Germain mit dabei. Ja. Ja. Deswegen nochmal der Vorweis auf das erste Buch, also im Prinzip eine Chronik über Saint-Germain. Es ist wirklich ganz sinnvoll, da mal einzusteigen und anzufangen, weil allein da hätte man ein Jahr lang Zeit, die ganzen Puzzleteile mal zusammenzupacken. Aber das ist das Schöne, vielleicht um es mal zusammenzufassen. Wie gesagt, mein erstes wichtiges Buch war, wie gesagt, 96, 97 vom Helsing. Da ging so meine Reise los bis heute. Und wenn ich mir aber lege, ich spreche heute mit vielen, vielen Menschen, die haben vor zwei Jahren angefangen. Mit denen können wir uns heute auf Augenhöhe unterhalten. Das heißt also, dieses Bewusstsein über Dinge, die uns verschwiegen werden, könnte man sagen, steigt so exponentiell an. Und auch das wird mehr oder weniger in all diesen Büchern ja vorausgesagt. Eine Welle der Erkenntnis, verborgenes Wissen, was wieder ans Licht möchte. Genau. Und diese Leute, die erst seit zwei, drei Jahren sich mit diesen Themen intensiv beschäftigen oder merken, irgendwas stimmt ja nicht auf der Welt. Und genau diese Leute sollten auch mal diese Werke lesen, weil genau diese Werke werden sie vielleicht noch weiter in eine gewisse Richtung bringen oder weiterbringen im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, das ist auch der Hauptgrund, warum ich es dir jetzt vorstellen möchte, weil es einfach Wissen ist, dass jeder, der sich dafür interessiert, haben sollte. Ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Natürlich verfügen wir heute über moderne Medien wie YouTube. Und ich kann Wissen unglaublich schnell adaptieren. Aber mal in die Geschichte zu gucken, wo kommt das Wissen her? Wie ist es denn überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen? Wo war es vorher? Da steckt ja schon sehr viel vom Mechanismus selber drin. Und das geht letzten Endes nur eben, indem man sich auch mal in die Vergangenheit guckt. Und ich liebe Bücher, die vor langer Zeit geschrieben worden sind, weil man merkt dann immer auch von den Autoren, welches Geisteskind sie waren. Und sie waren alle Kinder ihrer Zeit. Der Zeitgeist ist natürlich damals auch ein ganz anderer. Die haben eine ganz andere Sprache benutzt. Und zum einen auch wesentlich deutlicher, als wir das heute dürften oder dürfen. Oder mit Begrifflichkeiten um sich geworfen, könnte man sagen, die wir heute gar nicht mehr benutzen dürfen. Und wenn wir es tun würden, dann würden wir diese Sendung nicht drehen können. Also insofern ist genau der immer, die Geschichte wiederholt sich, ist so ein geflügeltes Wort. Also es ist schon sinnvoll, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, um zu gucken, auf welche Reise begeben wir uns. Also auch ein ganz wichtiges Werk. Ja, und das führt uns wieder, Geheimbünde ist ja das Thema gewesen, das führt uns wieder letztendlich zu einem weiteren Buch, wo es auch um einen dieser ganz alten Geheimbünde geht. So geheim waren sie gar nicht, sie waren bekannt, die Templer. Die hat später auch irgendwie in der Freimaurerei gelandet sein sollen, wie auch immer. Dieses Buch, das heißt Das Hauptgottes, das ist eines der unterschätzten Bücher, die es überhaupt gibt, weil dieses Buch unglaublich viel interessantes Wissen enthält. Bis auf eine Sache, da komme ich am Schluss noch dazu, die ich anders sehe als der Autor, oder die der Autor vielleicht noch nie gesehen hat. Und zwar heißt das Buch, das Hauptgottes, der Stamm Davids, die Templer und die wahre Natur des heiligen Grals. Vielleicht, wenn ich ganz kurz hinten mal das vorlese, was er da schreibt, weil das ist schon sehr gut zusammengefasst und sehr wichtig. Kurz vor Morgendämmerung, am Freitag des 13. Oktober 1307, überfielen französische Truppen auf Befehl Philipp des Schönen überall im Land den Ritterorden der Templer. Die Templerritter wurden gefangen genommen, ihre sagenumwobenen Schätze und Besitztümer eingezogen. Doch woraus bestand dieser geheimnisvolle Schatz wirklich? Aufmerksam gemacht durch ein Inquisitionsprotokoll, verfolgt der Autor Keith Leidler eine Spur, die nicht nur zurückweist bis auf Jesus und den Tempel Salomos, sondern weit hinein in die ägyptische Geschichte, auf einen merkwürdigen Kult, in dem es um die Verehrung und Anbetung heiliger Schädel geht. Gebt ihr das Buch mal? Und dieser Kult, diese Verehrung heiliger Schädel, Inquisitionsprotokoll ist ja, das heißt, die wurden ja damals gefoltert, die Templer, man wollte versuchen, irgendwas aus ihnen herauszuholen und da heißt tatsächlich, es gab scheinbar einen sprechenden Kopf oder einen Kopf, den sie anbeteten. Manchmal hieß es dann auch Baphomet, war der Name dieses Kopfes. Später wurde Baphomet dann mit Hörnern dargestellt und so, also ich gehe nicht davon aus, dass er so aussah. Man hat natürlich wieder versucht, alles irgendwie als Teufelswerk hinzustellen, wie es eben so passiert meistens. Und dieser Kopf, dieser in Anführungszeichen sprechende Kopf, scheint sehr wichtig gewesen zu sein. Und er findet eben Hinweise und Beweise, dass das zurückgeht zur Zeit Jesu, heiliger Gral, bis zu den alten Ägyptern. Und er beschreibt auch seiner Meinung nach, dass in der Kapelle in Rosslin, das ist in England oder in Großbritannien, in dieser Kapelle vermutet er das Haupt von Jesus. Also alles sehr interessant gemacht, nur das Einzige, was ich am Schluss dieses Buches gesagt habe, ist, er versteht nicht, dass es sich um Kristallschädel handelt. Ich bin der Meinung, es handelt sich um Kristallschädel. Ja, würde ich auch. Also die Schlussfolgerung hätte ich jetzt irgendwo auch gezogen. Kommen wir ja auch tatsächlich schon im nächsten Werk. Aber lass uns ruhig da nochmal mit einsteigen. Ja, wir kommen leider nicht drumherum, aber man muss es schon so erwähnen. Ich meine, Dan Brown schreibt seine Romane auch so. Er hat es auch gebracht, den 13. Warum gibt es Freitag den 13.? Das beruht auf historischen Tatsachen. Es ist also kein Roman, es ist tatsächlich so passiert. Und die Templer sind genau dann im Prinzip verboten worden. Und es ging als grausamer, schwarzer Tag in die Geschichte ein. Und wir kennen das heute noch immer. Ja, der Großmeister der Templer wurde damals verurteilt und dann landete er auf dem Scheiterhaufen, wo er praktisch auf dem Scheiterhaufen noch den König mehr oder weniger verflucht hatte. Der Fluch, glaube ich, ist dann auch eingetroffen. Also es ist alles sehr, sehr interessant, was da damals passiert ist. Aber wie gesagt, dass es da einen entsprechenden Kopf gab, das wissen die wenigsten. Dann würde ich auch schon wirklich sagen, dann gehen wir auch genau, weil das ist eine wunderbare Überleitung, könnte man eigentlich sagen, zu dem nächsten Buch. Genau. Wo wir immer das ganze Phänomen des Kristallschädels, also alleine da müssen, wenn man das mal für sich erinnimmt, alleine betrachtet, diese Dinger existieren. Sie sind gegen die Wachstumsrichtung perfekt geschlagen. Richtig. Auch das gibt es als Information in einem Film. Ich glaube, bei Indiana Jones ist es mal erwähnt worden, im letzten Teil. Leider völlig ins Lächerliche gezogen. Aber genau darum geht es. Diese Dinger sind ja da. Es gibt ja diesen Mitchell-Hedges-Schädel, der ja da eine große Rolle auch in diesem Buch spielt. Der Mitchell-Hedges-Schädel, den ich schon persönlich in der Hand halten durfte. Er war einmal vor einigen Jahren bei unserem Regentreff ausgestellt. Und interessanterweise ist es so, wenn man unten in den Schädel reinschaut, da ist auch ein Foto im Buch drin, sieht man im Schädel ein Ufo. Wenn man von unten reinschaut. Also ganz seltsam, diese Sache. Und der wurde ja damals gefunden in Mittelamerika von der Tochter eines Ausgrabungsleiters, der Herr Mitchell-Hedges. Und die Anna Mitchell-Hedges hatte den Schädel lange in Verwahrung. Die ist 100 Jahre, glaube ich, alt geworden. Und später hat es dann ein anderer übernommen, den Schädel. Also das Interessante an diesem Buch ist nicht nur, dass grundsätzlich beschrieben wird, was es für Mythen um diesen Schädel, um diese Sehschädel gibt, sondern auch, dass der Mitchell-Hedges-Schädel oder dass mit dem Mitchell-Hedges-Schädel gearbeitet wurde. Es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das heißt, der Schädel spricht. Da sind wir schon wieder bei einem sprechenden Kopf. Ja, der Quervorweis, also nochmal zu dem Haupt, Gottes, wird ja davon berichtet. Genau, der Schädel spricht. Und da wird eine Frau Wilson, ein sehr gutes Medium aus Toronto, Kanada, mehr oder weniger gebracht. Und diese Frau Wilson hat mit dem Schädel gearbeitet. Sie hat also sich mehr oder weniger in den Schädel hineinversetzt, ist in Trance gefahren. Und dann hat tatsächlich dieser Schädel, dieser Wissensspeicher, hat praktisch dann mehr oder weniger durch die Frau Wilson seine Informationen preisgegeben. Und das ist doch sehr interessant. Zum Beispiel heißt er, die Zeit ist nur eine Illusion. Es gibt Zeit eigentlich gar nicht. Er beschreibt, wo die Schädel herkommen, wie sie geschaffen wurden. Er beschreibt, wo die anderen, es soll ja 13 geben, wo die anderen sind. Er beschreibt zum Beispiel in Südamerika, wo die großen Zeichen sind, würde man einen dieser Schädel finden. Also ganz, ganz Interessantes zu lesen. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mich genau aus diesem Grund damit beschäftigt, weil ich mir sagte, okay, die Dinger sind da. Kein Ingenieur dieser Welt weiß, wie sie hergestellt worden sind. Man kann es nicht reproduzieren mit unserer modernsten Lasertechnik und was wäre es nicht möglich, sowas herzustellen. Und dann sind wir ja ganz schnell wieder bei denjenigen, der ja die gleiche Frage stellt, wie sind denn gewisse Bauwerke entstanden oder gewisse Artefakte entstanden, wo wir überhaupt nicht erklären können, wie funktioniert das. Und da muss man ja das Fass der Verschwörung gar nicht aufmachen, sondern mit rationalem Verstand mal rangehen. Aber gut, sie sind ja da. Was für ein Phänomen ist denn da dahinter? Und dann kommt man natürlich letzten Endes an solchen Dingen auch nicht vorbei. Auch die Zahl 13 ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Die Eingeweihten natürlich wissen Bescheid, es ist nicht nur eine göttliche Zahl, sie wird mit sehr vielen anderen Sachen auch in Verbindung gebracht und taucht in unserer Geschichte immer und immer wieder auf. Es ist auch interessant, dass sich der Schädel, also bei den Durchgaben, sich selbst als das Gefäß bezeichnet. So, jetzt sind wir beim Gefäß. Was ist ein Gefäß? Ein Gral ist ein Gefäß. Jetzt sind wir wieder beim Gral, wieder beim Gefäß. Er bezeichnet sich als Informationsgefäß, Informationsspeicher. Gut, heute wissen wir, Kristalle speichern Information. Er ist ein riesengroßer Kristall. Er ist ein Informationsspeicher. Vielleicht für diejenigen, jeder Computer basiert auf einem kristallinen Chip. Silizium ist nichts anderes als eine kristalline Form, auf dem wir heute auch unsere Informationen speichern. Ich habe oft den Eindruck auch, dass wir eigentlich unsere modernen Technologien letzten Endes auch nur das Abbild, schelmisch könnte man sagen, der Abklatsch von dem ist, was es eigentlich früher mal gab. Und da kommen wir ja dann auch in Folge der Sendung wieder hin, dass es altes Wissen gibt. Dass alte Wissen eben nicht im Sinne alt von schlecht ist, sondern weit umfassender ist, als wir das für möglich halten wollen. Es gibt auch die Überlieferungen der Indianer, die sagen, früher gab es einmal eine große Kultur, einen großen Kontinent, Atlantis nennen wir es. Und als dieser Kontinent unterging, kamen diese Schädel, wurden diese Schädel gerettet. Und zwar zum einen Richtung Ägypten und zum anderen Richtung Mittelamerika. So, jetzt haben wir diese Schädel in Mittelamerika, Mitchell-Hedges-Schädel. So, jetzt wird hier in dem Buch von Leila behauptet, es geht zurück bis ins alte Ägypten, diese sprechenden Schädel, dieser Kult um die Schädel. Ja, das ist ein seltsames Zusammenfallen, diese Informationen. Ja, wohl wahr. Und bleiben wir ruhig mal kurz bei dem Thema. Alle Hochkulturen haben Pyramiden gebaut. Ja, warum wohl? Wir finden Zeichen auf diesen Pyramiden, die überall die gleichen sind. Ich nehme mal zum Beispiel die Blume des Lebens oder sowas, taucht global überall wieder auf von unterschiedlichsten Kulturen, wo man uns heute aber sagt, ja, die haben überhaupt keine Verbindung miteinander gehabt. Weil ja Schifffahrt und sowas und Flugreisen sowieso nicht. Ja, und dann hören wir aber trotzdem im alten Indien, ja, haben wir Beschreibungen von Flugscheiben und, und, und. Ja, lese mal eins und eins zusammen und das muss vielleicht nicht immer zwei ergeben, aber genau darum geht es, diese Informationen. Sie sind da. Ich glaube, in Büchern ist das ganze Wissen vorhanden, nur eben die Querverweise. Man sieht es ja, wir haben alleine nur zehn Stück und haben nur ganz wenige Querverweise hier, aber die sind schon mal sehr interessant. Also, liebe Zuschauer, für alle, die sich mal mit dem Phänomen der Kristallschädel auseinandersetzen möchten und nicht nur in Indiana Jones, sondern mal der Spur wirklich auf den Grund gehen möchten, also eine herzliche und wärmste Empfehlung dieses Buch. Tränen der Gütze. Genau. Gut. Wir haben ja vorhin immer wieder das Phänomen der Zeitreisen oder des Raumzeitversetzens gehabt und deswegen gibt es noch ein Buch, das ich sehr, sehr, sehr wichtig halte und zwar das Montag-Projekt. Das Montag-Projekt ist ja eigentlich das Nachfolgerprojekt des Philadelphia-Experiments und beim Montag-Projekt wurden ja Zeitreisen praktisch richtig kontrolliert durchgeführt. Das Montag-Projekt sagt dir ja wahrscheinlich auch einiges. Das Buch, das Montag-Projekt ist wirklich sehr interessant, ist zum Teil etwas technisch geschrieben, aber es heißt, das Montag-Projekt Experimente mit der Zeit. Hier spielt auch die außerirdische Geschichte eine große Rolle. Nikola Tesla, Albert Einstein. Gebt ihr das Buch mal rüber. Leider Gottes auch seit längerer Zeit vergriffen. Ja, Philadelphia-Experiment kennen die meisten. Habe ich ein Buch zum Thema geschrieben, auch in Verbindung mit Montag und dem ersten Experiment in Bayern. Montag-Projekt. Was ich sehr interessant finde, ist die Ausführung oder sind die Ausführungen, dass man gezielt Zeitreisen gemacht hat in bestimmten Zeiten. Zum Beispiel Zeitreisen zurück, Zweiter Weltkrieg, man hat dort etwas verändert, man hat bestimmte Sachen zu verändern versucht in der Zukunft. Man hat, und das ist jetzt auch eine interessante Sache, die uns dann wieder zum nächsten Buch führt, man hat eine Reise gemacht zur Zeit Jesu und hat dort mehr oder weniger geschaut, gesagt, was ist da wirklich passiert. Ein gewisses Tür, ein Zwiertel auf der beteiligt war, soll angeblich sogar auf Jesus geschossen haben, aber es hat ihm praktisch nichts gebracht so quasi. Und das führt uns schon wieder zum nächsten Buch, aber vielleicht willst du noch was zum Montag-Projekt sagen? Ja, wir werden natürlich zum Montaug natürlich extra auch nochmal eine Sendung machen, weil es gäbe viel mehr dazu zu sagen. Ich kann nur aus meiner Warte immer wieder sagen, gerade zum Thema auch Philadelphia-Experiment. Ich meine, dazu haben wir mittlerweile ja auch gute Akten. Also die Berichte, Geheimdienstberichte, die jetzt veröffentlicht sind oder öffentlich zugänglich sind, zeichnen hier ein sehr scharfes Bild, möchte ich sagen. Und wer der, der das für Science-Fiction hält oder sagt, das ist ja völliger Blödsinn, dem kann ich nur raten, sich mit genau diesen beiden Sachen Einstieg mal zu beschäftigen. Philadelphia-Experiment und Montaug, sie hängen unmittelbar miteinander zusammen. Es ist doch sehr interessant, was dort mittlerweile an Wissen zur Verfügung steht. Da können wir leider nicht mehr von Science-Fiction reden. Die haben sogar Reisen auf den Mars unternommen. Also das ist schon... Ja, wie gesagt, nochmal, ich halte es für wichtig, es immer wieder zu sagen, wir sind Freigeister, es geht ja nicht um die Wahrheit, aber es gibt so viele Indizien und wie gesagt, ich hatte es angesprochen schon, wenn ich ein Kriminologe wäre und diese Indizien zusammenführe, dann kann ich nicht anders sagen, okay, es muss was dran sein. Was? Okay, weiß ich auch nicht. Aber es sind hier Verbindungen die wir feststellen und zwar durch alle Zeiten hinweg. Es gibt ja hier auch die Zeugen, die alle mit ihrem realen Namen dastehen und sagen, ja, ich war dabei, ich habe das und das gemacht, ich war der und der, Preston Nichols, der hat das Buch geschrieben, der war ein technischer Leiter beim Montag-Projekt. Stuart Swerdloff zum Beispiel, der auch schon bekannt ist. Auch die anderen, Al Bilek, der war unser erster Haupttrainer beim Kongress 2003 in Regen. Leider ist schon 2011 verstorben, aber ein unglaubliches Wissen hatte dieser Mann. Also da möchte ich jedem Zuschauer wirklich empfehlen, wer sich mit dem Thema Zeit auseinandersetzt und wie relativ diese nun wirklich ist. Da darf sicherlich einmal, natürlich mit dem Montag-Projekt, kommt er sowieso in Berührung und sicherlich auch mit dem Philadelphia-Experiment, wenn da geht es eigentlich genau darum, als das US-Militär mal anfängt. Ja, und da kommen wir auch, dann Roswell und so weiter. Wir werden es in einer Folgesendung mit deinem Buch, was du ja neu geschrieben hast, Drachenflug, Drachensturz, besser gesagt, Kalahari-Zwischenfälle und so weiter. Sehr gut dokumentierte UFO-Zwischenfälle und für mich bedeutet UFO genau, was es sagt. Ein unbekanntes Objekt, das heißt nicht immer Außerirdische und wenn, dann kann man das auch nochmal differenzieren, aber so viel auf jeden Fall in der nächsten Sendung dann. Also, in diesem Sinne, das neunte Buch von den Zehnen und da kommen wir zum letzten. Genau, da kommen wir zum letzten Buch, das uns letztendlich, ja, das eine gewisse Verbindung wieder hat zum Montag-Projekt. Auch hier wieder, das hatten wir ja heute schon zweimal, glaube ich, ein Sachbuchautor schreibt plötzlich einen Roman. Und zwar ist es der bekannteste Sachbuchautor im spanischsprachigen Bereich zum Thema Phänomene, UFOs, etc., etc., der J.J. Benitez und der hat ein Buch geschrieben, Operation Jesus. Der Augenzeugenbericht eines Zeitreisenden von den letzten elf Tagen des Jesus von Nazareth. Auch hier fragt man sich, warum schreibt er plötzlich einen Roman über sowas. Und da heißt es hier, der US-Major Jason, der hier eine Rolle spielt, ist mit einem Raumzeitmodul der USA in diese Epoche abgesetzt worden, also in der Epoche von Jesus. Seit elf Tagen begleitet er einen der Delinquenten, also Jesus Christus, von dessen Auftauchen in der Stadt bis zu seiner gerade stattfindenden Exekution. Und das ist dermaßen genau beschrieben. Also ich kenne Leute, die haben gesagt, ja, die haben es wirklich als reine Roman nur gelesen, haben gesagt, aber als dann diese genaue Beschreibung der Kreuzigung kam mit all den Daten, Fakten und den Einzelheiten, das war dann schon sehr, sehr mysteriös und das ging sehr, sehr nahe. Also das ist wahrscheinlich nicht der Fall, dass ein Sachberater so genau solche Sachen beschreiben kann, ohne dass er irgendwas gewusst hätte. Also auch hier haben wir wieder US, scheinbar ein Projekt zum Zeitreisen. Die US-Abgesandten, sage ich mal, kommen bei Jesus an, schauen, was passierte damals wirklich. Ich gebe dir den Roman jetzt mal. Und wenn ich das sehe in Verbindung mit dem Montag-Projekt, es ist eigentlich fast unglaublich. Und auch hier spielt wieder ein außerirdischer Einfluss, eine gewisse Steuerung von oben eine Rolle. Es taucht auch am Schluss ein ziemlich großes Flugobjekt auf. Ich will jetzt da nicht so viel vorwegnehmen, für den ich das lesen will. Aber es ist ein sehr unglaublicher Roman und war ein großer Erfolg im spanischsprachigen Bereich. Vielleicht nochmal auch als so ein Hinweis, den man mal nachforschen kann, Zeitreisen. Es gibt in den Pyramiden Abbildungen, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entzünde, im Abydos-Tempel. Abydos-Tempel, ja. Hubschrauber, Panzer, U-Boot, Maschinengewehr. Wie ist das möglich? Und diese Fotos kann man ja googeln, kann jeder Zuschauer mal schauen. Dann sieht man mit eigenen Augen, Moment mal, das soll 5000 Jahre ungefähr her sein. Wie kann denn das gehen? Das ist also mit einem erweiterten Begriff von Zeit möglich, aber mit dem Weltbild, was wir haben, natürlich nicht. Und ich möchte es nochmal dazu sagen, all diese Bücher einzeln vielleicht zu lesen, würde ich vielleicht auch sagen, das ist schmarrnend. Das ist ein guter Roman, super gemacht, sehr unterhaltsam. Für Science-Fiction-Leute sowieso genau das Richtige. Ab in die Reise ins Fantastische. Aber wenn man sehr viele Bücher mal in seinem Leben gelesen hat, und du sowieso, bei mir sind es auch im sehr hohen hundertstelligen Bereich, wenn nicht drüber, es gibt immer wieder einen roten Faden. Es gibt immer Dinge, die sich wiederholen, wo wir Indizien finden, wo wir, den Spiegel umdrehen oder wo mit der Taschenlampe mal auf ein anderes Detail beleuchtet wird, was wieder erklärt, Moment mal, das habe ich in einem anderen Buch, aber genau von der anderen Seite schon mal gelesen. Und es geht darum, dieses Wissen für sich zusammenzufügen zu einem Weltbild. Und das kann man auch durchaus. Und dann kann man diese Dinge nicht mehr leugnen. Es ist aber ein Unterschied, ob das Buch, der Dan Braun schreibt, also reiner Autor von Romanen, oder plötzlich ein Sachbuchautor, der x Sachbücher geschrieben hat, plötzlich einen Roman raushaut. Gut, er hat jetzt direkt draufgeschrieben, einen Tatsachenroman, aber das ist doch immer sehr auffällig. Und solche Romane sollte man sich genauer anschauen. Ja. Wobei ich persönlich, aber das ist eine persönliche Meinung, glaube auch, dass Dan Braun mit Sicherheit einen Auftrag bekommen hat, oder natürlich auch Bescheid weiß. Ja, ja. Er hat sehr viele wahre Sachen mit eingebaut, sage ich mal so. Genau. Und dass Hollywood drauf springt und natürlich dann einen Film draus macht, kann eigentlich nicht auch nur bedeuten, naja gut, ja, es kann wieder das gleiche Argument sein, wie damals bei Akte X, glaube ich, war es. Ja, du schaust zu viel Fernsehen. Ja, das ist ja immer ein Argument auch. Wir beschäftigen uns damit, lesen vielleicht ein paar Bücher darüber, erklären es jemandem, der noch nie was davon gehört hat und dessen einzige Aussage kann natürlich dann sein, äh, Dan Brown gelesen. Ja. Und dann ist das Thema vom Tisch. Man sagt nicht, ey, guck mal in die Historie. Vor Dan Brown hat es schon 100 andere gegeben, die sich damit befasst haben, die historische Fakten auf den Tisch legen zum Teil. Dann ist es eben nicht nur ein Roman. Eben. Science Fiction. Dann gibt es Querverweise, wo man genauer hingucken sollte. Und ich glaube, das ist auch deswegen ein toller Auftakt für unser neues Format. Finde den roten Faden in der Geschichte. Und ich bin gespannt, welche Reaktionen es darauf geben wird und welcher Input natürlich kommt. Bin auch gespannt. Und wie gesagt, diese 10 Bücher dürften erstmal reichen für den ersten Monat. Also, dass die Leute ein bisschen schneller lesen, in einem Monat sind sie durch mit den 10. Ja, wahrscheinlich. Aber es wird einem wirklich eine neue Welt aufgetan. Sehr viele Informationen. Und vor allen Dingen wichtig ist für den Anfänger, der mal reinschnuppern möchte, der vielleicht jetzt merkt oder dieses Format zum ersten Mal sieht und denkt, was sind das für Verrückte. Dort gibt es natürlich gerade mit den ersten paar Büchern mal einen sanften Einstieg in diese Thematik. Welche Phänomene gibt es denn eigentlich in dieser Welt, von denen du natürlich in den 8 Uhr Nachrichten nichts hörst. Ich meine, alleine nach Indien mal zu gucken, was es da gibt, was es in Russland gibt und so weiter. De facto, was du dir angucken kannst, wo man sagt, es kann es eigentlich nicht geben. Es ist ein guter Einstieg und selbst für Kenner der Materie und Leute, die wissen, worum es geht, gibt es hier unglaublichen Fundus an Ergänzung, an weiterführender Literatur, um einfach noch tiefer in diese Thematik reinzugehen. Denn ich denke, es wird niemals eine Zeit geben, wo wir abschließend sagen können, so, jetzt wissen wir es. Genau. Sondern es wird immer nur eine Annäherung an die Wahrheit geben und wir alle haben unsere eigene, mehr oder weniger, Wahrheit. Und als solches können wir eigentlich nur genau das so weitergeben. Genau. Wer möchte, gibt hier auf jeden Fall genügend Handlungsbedarf und Handlungsimpulse, um mal genauer hinzugucken. Genau. Und wie gesagt, wir versuchen die Bücher, soweit es geht, antiquarisch zu bekommen. Also einfach sich mal beim Osiris Verlag melden, inwieweit wir das eine oder andere Buch dann da haben. Ja. Oder vielleicht genau auch andersrum. Vielleicht gibt es da draußen jemand, der eine alte Bibliothek hat und vielleicht solche Schätze noch hat und nicht so richtig weiß damit, wohin damit. Bitte schreibt uns das, also ich bin auch leidenschaftlicher Buchsammler, also bitte dann eine Info zu uns. Wir werden auf jeden Fall Verwendungszweck auch für alte Schätze finden. Ja, sowieso. Und natürlich, wenn du ein Buch hast, wo du sagst, das müssen wir beide unbedingt lesen, dann schreib uns das natürlich auch in die Kommentare, gib uns den Hinweis, wo wir es finden und da werden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Oliver, wie wollen wir die Sendung abschließen? Möchtest du vielleicht eine Kurzzusammenfassung aus deinen Worten nochmal geben? Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es sind Bücher, die dein Weltbild verändern. Mehr braucht man nicht. Mehr brauchen wir wahrscheinlich nicht sagen. Genau. Dann danke ich dir natürlich, dass du uns diese Bücher mitgebracht hast und dass wir sie ja vorstellen durften und für deine Zeit natürlich auch. Ich sage auch danke. Dafür nicht. Liebe Zuschauer, vieles haben wir schon angesprochen. Wir werden dir die Bücher nochmal verlinken, soweit es es beim Osiris Verlag noch zu kaufen gibt. Wenn du, wie gesagt, Hinweise hast, wo wir sie vielleicht noch finden oder du hast es in deiner Bibliothek und brauchst es nicht, bitte informiere uns einfach darüber und ansonsten bitten wir dich natürlich, abonniere den Kanal. Schau auf jeden Fall bei Osiris Verlag auf dem YouTube-Kanal auch mal vorbei, denn da wird es die regelmäßigen Sendungen natürlich genauso geben. Dann bedanken wir uns für deine Aufmerksamkeit und wünsche wie immer eine schöne Zeit und viel Spaß beim Lesen vor allem. Ciao. Euer Christian. Euer Christian. Euer Christian. Vielen Dank.